Yo Leute und willkommen zu einem neuen Minecraft Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute werde ich dir erklären, wie du Minecraft Fabric, den Modloader, für die Version 1.15.2 installieren kannst. Du kannst das Tutorial genauso auch für jede andere Version von Fabric nutzen. Ich zeige das Ganze hier am Beispiel von der Version 1.15.2. Wichtig ist zuerst einmal, dass du ein Profil von Minecraft erstellst mit der Version 1.15.2, dass da eben die Version schon mal runtergeladen wurde. Dazu gehst du einfach in den Minecraft Launcher auf Installation, klickst dann auf Neu. Ich nenne das Ganze jetzt beispielsweise Minecraft 1.15.2 und wähle dann eben hier auch die Version 1.15.2 aus. Klicke dann auf Erstellen und spiele das Ganze einmal. Dann werden hier Daten heruntergeladen und Minecraft mit der Version 1.15.2 wird eben einmal gestartet. Und sobald es gestartet hat, kannst du es sofort wieder schließen. So, einfach Quit Game und jetzt holst du dir den Fabric Installer. Mit dem kannst du jede Version von Fabric installieren. Das ist entweder der erste Link in der Videobeschreibung oder du gibst einfach auf Google Fabric Minecraft ein, klickst dann auf diese Seite und hier gehst du bei diesem ersten Absatz. In dem Text ist ein Link hier, klickst du da drauf und dann klickst du hier auf Download Installer. Dann kommt vielleicht eine Meldung, klickst einfach auf Behalten. Und jetzt wird der Installer eben heruntergeladen für Fabric, mit dem du auch die ganzen Version installieren kannst. Und dann klickst du hier auf den kleinen Pfeil und dann auf Inordner Anzeigen. Und dann klickst du den Fabric Installer einfach mit einem Doppelklick an. Wenn hier irgendwas nicht funktionieren sollte mit diesem Doppelklick und dann erscheint dieses Fenster eben nicht, dann check mal mein Tutorial oben rechts aus. Da habe ich dir erklärt, was du machen kannst, wenn Java nicht funktioniert. Ansonsten wählst du jetzt die Version 1.15.2 aus oder eben deine Version, die du installiert haben möchtest. Klickst dann auf Install und dann klickst du auf OK und kannst den Installer wieder löschen. Wenn du jetzt den Minecraft Launcher nochmal neu startest, dann wirst du sehen, dass der Fabric Installer installiert ist. Oder Loader installiert ist. Hier Fabric Loader steht sogar. Und dann wird nochmal etwas heruntergeladen und Fabric wird eben gestartet mit Minecraft. Und jetzt werde ich zeigen, wie du einen Mod installieren kannst. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung, habe ich hier mal reingepackt. Da klickst du einfach auf Dateien und dann wählst du die Mod eben für die Version 1.15.2 aus. Klickst du da auf Herunterladen oder auf dieses Icon da und dann wird der Download auch schon bestartet. Dann kommst du eine so Meldung halt. Klickst du einfach auf Behalten, klickst dann auf Inordner anzeigen, hast die Detail hier, suchst die Windows-Taste und R, gibst dort ein Prozent-Appdate der Prozent, klickst dann auf OK, gehst dann auf den Punkt Minecraft-Ordner und solange du Minecraft einmal mit Fabric gestartet hast, wird sich hier dieser Mods-Ordner erstellen. Und da ziehst du einfach hier den Blur rein. Wichtig ist, dass wenn du zum Beispiel Fabric mit der Version 1.15.2 spielst, dass du dann auch wirklich nur Mods in dem Mods-Ordner hast für die Version 1.15.2. Weil wenn du dann Fabric für die Version 1.16.2 spielst, dürfen in dem Mods-Ordner keine Mods einer anderen Version sein, sondern wirklich nur Mods von der Version 1.16.2 oder halt eben der Version, mit der du gerade Fabric oder Forge startest. Das ist ganz wichtig, ansonsten bekommst du eine Fehlermeldung, wenn du Minecraft startest mit anderen Mods. Jetzt startest du Minecraft einfach nochmal neu. Auf jeden Fall kannst du auf diese Art und Weise Mods installieren, halt für die Version. Zieh die einfach in deinen Mods-Ordner rein, die müssen halt kompatibel sein. Mit Fabric. Das war's mit diesem Tutorial. Ciao.